Hi, ich bin Ima von iDoc. Der Akku von deinem Galaxy S9 wird langsam schwach. Dieses Video zeigt dir, wie du deinen Akku selbst austauschen kannst. Die Reparatur ist etwas schwieriger, weil das Backcover stark verklebt ist. Du solltest also 60 bis 90 Minuten dafür einplanen. Wir empfehlen dir folgendes Werkzeug. Mehrere flache Plektren, ein breites, dünnes Werkzeug zum Öffnen, einen Philips-Schraubendreher, einen Saugnapf, einen Stahlspatel, eine ESD-Pinzette und einen Plastik-Spudger. Das Werkzeug zum Öffnen sollte möglichst breit und dünn sein, wie zum Beispiel das iFlex oder das iPlastics. Außerdem sollte es keine scharfen Kanten haben, damit es das Gehäuse oder das Backcover nicht zerkratzt. Du brauchst außerdem einen Heißluftfön oder einen normalen Haartrockner, um stark verklebte Teile zu lösen. Das passende Ersatzteil mit dem richtigen Werkzeug findest du als Reparaturset auf unserer Website idoc.eu. Dazu bekommst du unsere praktische iDoc-Magnetmatte. Außerdem findest du auf unserer Seite diese Anleitung mit detaillierten Fotos und Videos für jeden einzelnen Schritt. Und jetzt viel Spaß bei der Reparatur. Schalte das Gerät erstmal aus, um während der Reparatur Kurzschlüsse zu vermeiden. Halte den Power-Button gedrückt, bis das Ausschalten-Symbol auf dem Display erscheint. Schalte das Gerät jetzt aus. Um das Rückglas zu lösen, nimm einen Heißluftfön. Du kannst auch einen gewöhnlichen Haartrockner benutzen. Warmer Kleber löst dich leichter und so kannst du das Rückglas einfacher entfernen. Am einfachsten kannst du das Rückglas mit einem flachen und biegsamen Werkzeug wie dem iPlastics oder iFlex lösen. Außerdem brauchst du mehrere Plektren, um nach und nach den Kleber zu lösen. Erwärme die Stelle, an der du beginnst und setze einen Saugnapf unten auf das Rückglas. Drücke mit einem flachen Werkzeug zwischen Rückglas und Rahmen und ziehe dabei am Saugnapf. Das iPlastics hat den Vorteil, dass es aus Kunststoff ist und den Rahmen nicht zerkratzt. Dafür ist es sehr weich und schwierig einzuführen. Setze falls nötig mehrmals an und erwärme zwischendurch immer wieder. Sei bitte besonders vorsichtig, das Rückglas kann sehr leicht brechen. Das Rückglas zu lösen kann eine halbe Stunde dauern. Lass dir lieber etwas mehr Zeit und arbeite sorgfältig, um nichts kaputt zu machen. Wenn das Werkzeug einmal eingeführt ist, führe ein Plektrum in den Spalt ein, um ihn offen zu halten. Ziehe dann das Werkzeug um den gesamten Rand entlang, um den Kleber nach und nach zu lösen. Den Saugnapf kannst du jetzt abnehmen. Erwärme dann die nächste Stelle, an der du arbeitest und schiebe nach und nach die anderen Plektren ein. An der unteren Seite ist das Rückglas besonders stark verklebt. Wenn das Rückglas überall gelöst ist, hebe es nur leicht an. Der Fingerabdrucksensor unter der Kamera ist noch mit einem Kabel verbunden. Trenne den Connector mit einem schmalen Spudger. Hier am Rand sieht man den Kleber. Über dem USB-Anschluss ist das Rückglas besonders breitflächig verklebt. Nimm jetzt das Rückglas ab und lege es zur Seite. Entferne danach alle gleich langen Philips-Schrauben an der Platinenabdeckung und lege sie gemeinsam ab. Das Gerät hat nur zwei verschiedene Schraubenlängen. Sollten sich einzelne Schrauben nicht sofort lösen, kannst du auch eine Pinzette zur Hilfe nehmen. Die Platinenabdeckung mit dem NFC-Tag ist in der oberen Kante eingehakt. Hebe sie leicht nach oben und nimm sie dann heraus. Jetzt liegt der Akku-Konnektor frei. Um bei der Reparatur Kurzschlüsse zu vermeiden, solltest du den Akku trennen. Entferne im nächsten Schritt den Lautsprecher. Auch hier sind die Schrauben gleich lang. Hebe den Lautsprecher mit einer Pinzette leicht an und nehme ihn dann heraus. Als letzten Schritt entferne den Akku. Der Akku ist stark verklebt, also solltest du wieder Heißluft benutzen, um den Klebstoff zu lösen. Erwärme den Akku nie direkt, sondern von unten über das Display. Wir empfehlen mit einem flachen Werkzeug wie dem iFlex rundherum, um den Akku zu gehen und dabei vorsichtig zu hebeln. Achte darauf, den Akku und die umliegenden Bauteile nicht zu beschädigen. Lass dir wieder etwas Zeit und erhitze den Klebstoff lieber mehrmals. Hebe den Akku an und nimm ihn aus dem Gerät. Wie du siehst, ist der Akku nur an den Außenrändern verklebt und nicht in der Mitte. Auf deinem neuen Akku können neue Klebeflächen sein. Ziehe dann die Schutzfolie ab, um den Akku einzukleben. Hat dein Akku keinen Kleber, kannst du ganz dünnes, doppelseitiges Klebeband benutzen. Der Kleber muss aber wirklich flach sein, damit der Akku nicht zu weit herausschaut und dann vom Mittelrahmen eingeklemmt wird. Setze jetzt den Akku ins Display ein und drücke den Kleber fest. Setze dann den Lautsprecher wieder über dem USB-Board auf, drücke ihn fest und verschraube ihn. Achte darauf, dass er unten eingehakt ist. Schließe jetzt den Akku wieder an. Setze dann die Platinenabdeckung mit dem NFC-Tag auf. Hake sie oben ein und drücke sie rundherum fest. Befestige dann wieder alle Schrauben. Bevor du das Rückglas auf das Gehäuse setzt, überprüfe den Kleber. Der sollte gleichmäßig auf dem Rückglas sitzen. Du kannst auch überschüssigen Kleber entfernen. Bevor du das Rückglas wieder auf das Gehäuse drückst, verbünde den Fingerabdrucksensor mit dem Konnektor. Nimm ein Plastikwerkzeug, um an den Konnektor ranzukommen. Erwärme das Rückglas nochmal mit Heißluft, damit sich der Kleber wieder verbindet. Solange der Kleber abkühlt, kannst du das Rückglas mit den Fingern festdrücken. Beachte aber bitte, dass das Smartphone nach der Reparatur nicht 100%ig gegen Flüssigkeiten geschützt ist. Dein Gerät ist jetzt repariert und ich hoffe, es hat dir richtig Spaß gemacht. Werkzeug und Ersatzteile findest du auf unserer Website idoc.eu. Fragen, Anregungen und Hinweise kannst du uns in die YouTube-Kommentarbox schreiben. Wir helfen dir da gerne weiter. Wenn dir diese Anleitung geholfen hat, abonniere uns und gib uns ein Like. Wenn deine Freunde auch ein kaputtes Handy haben, erzähl ihnen doch von idoc. Auf unserer Seite findest du detaillierte Anleitungen zu allen gängigen Modellen. Jetzt viel Spaß mit deinem reparierten Gerät und bis zum nächsten Mal.